Worum geht es diesmal? Jail Kales? Kales now! Äh... Wasser schon? Ja. Wie ihr wünscht. Weil was ist der so einfach? Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Wie kann ich helfen? Langschirm plus eins. Hm. Ja? Helm und Glitzerstaub. Okay. Helm der Gesinnung ist okay. Kann nur durch Fluchbrechen abgenommen werden. Okay. Wie kann ich helfen? Ach, und der Seelenräuber durch. Stimmt. Wie ihr wünscht. So, der Spiegel ist definitiv im Eimer. Ja, und da ist Dalton. Das war eigentlich einer der schwierigsten Kämpfe in diesem Spiel und wir haben ihn einfach so niedergekloppt. Ich meine, außer wie Konia hat keiner wirklich viel abgekriegt. Worum geht es, wie ihr wünscht? Ich... ich muss hier weg! Ja, nein, bleibt wo ihr seid, bleibt wo ihr seid. Beruhig dich doch, Junge. Wir sind gekommen, dir zu helfen. Nur sei doch still, Junge. Das große, böse Monster ist tot und wir mögen keine Heususen. Wie heißt du? Bist du Dalton? Deine Mutter hat uns auf die Suche nach dir geschickt. Deine Mutter Terela. Ist schon gut, mein Junge. Das ist alles nur ein böser Traum. Morgen wachst du auf. Frisch wieder Tau. Fall von hier, Junge. Es ist nicht sicher. Na los. Nehmen wir die drei. Wirklich? Sie hat euch geschickt und den Göttern seid Dank und allem was Gutes. Ich will nur und ich will nach Hause. Klar, wie du willst. Hau ab von hier, Junge. Wir haben hier aufgeräumt. Alles dürfte sicher sein. Wenn du dich jetzt aus dem Staub machst, los mit dir. Muss los. Muss jetzt los. Aha. Ich habe Terelas Wunsch erfüllt und ihren Sohn gefunden und gerettet. Seine Gefährten sind tot, aber er wird leben. Ich habe echt erwartet, dass wir vier, fünf Versuche brauchen werden. Ihr habt es geschafft. Talton kam so schnell herausgeschossen, so schnell habe ich ihn noch nie laufen sehen. Hat nach einer der anderen... Hat noch einer der anderen... Nein, sie sind tot, nicht wahr? Zumindest wird Taltons Mutter wieder gut schlafen können. Ich bezweifle, dass er in näher Zukunft wieder auf Abenteuerreise geben wird. Ich werde es jedenfalls nicht tun. Wenigstens habt ihr den Dämonenritter gestoppt, obwohl... Obwohl es mich beunruhigte. Ich habe gehört, diese Ritter dienen mächtigen Wesen, die noch schrecklicher sind als sie selbst. Als ob so etwas überhaupt möglich wäre. Ich sollte mich lieber auf den Weg machen. Klär konnte glauben, dass wir die Dämonenritter besiegt haben, aber umso mehr erleichtert, dass wenigstens eine ihrer Freunde überlebt hat. Ja, das heißt, wir müssen Teredas Sohn, den Seenräuberdolch... Dolaxtrum ist damit abgeschlossen. Ja, wir können raus hier. Die Anwesenheit des Geistes ist hier nicht länger. Ihr habt das Unsterbliche getötet. Ein weiterer Eindring, der sich bereichern wollte. Verschwunden, wie sie sein sollten. Ich wollte, der Kummer würde ebenso verschwinden. Er ist dickköpfig, mein Dola. Dieser Ort wird mit der Zeit zu- und abnehmen. Bedauern wird nicht für immer bestehen. Ihr könnt gehen. Wann ihr wollt, ich werde euch fortschicken. Ihr habt recht, wir müssen hier wirklich nicht noch mehr Zeit verbringen. Schickt uns an die Oberfläche. Zurück in die frische Luft. Licht und ans Licht mit euch. Hier wird der Geist des Versagens bleiben. Mein starker dickköpfiger Dola. Lass die Zeit die Last hinwegnehmen. Genauso schnell, wie ich diese Kinder sende. Und... Das war Dolaxtrum. Wie ihr wünscht. So, das heißt wir können jetzt... Ah, wir müssen gar nicht mehr nach da oben. Wir können auch einfach hier unten lang gehen. Äh... Warum auch immer alles gerade weiß war. Ach, wie niedlich. Ein Dutzends X-Warte. Ich werde mich im Handum... Ja, wie ihr wünscht. Aber ja, ganz ehrlich. Ich werde, glaube ich, die Einser-Pfeile... Oder auch die Pfeile ich mir verkaufen. Ach, das waren ja immer die Eis-Pfeile. Feuerpfeile... Würde ich gerne behalten. Das sind plus zweier Pfeile, aber... Also das hier ist alles verkaufen. Eis-Pfeile... Feuerpfeile... Eigentlich könnte ich Eis-Pfeile ebenso gut verkaufen. Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Ja, verkaufen wir auch Eis-Pfeile. Ja, verkaufen wir auch Eis-Pfeile. Alles, was nicht wenigstens plus eins ist und besonders ist, können wir verkaufen. Bei Eis-Pfeile mache ich ja nur extra Eisschaden, aber haben keinen Plus. Dann die meisten Gegengifte könnte ich verkaufen. Die Hälfte der Meisterdiebes-Kunztränke könnte ich verkaufen. Mal gucken, ob ich die Runen loswerde. Oh ja, und ich weiß was, ich könnte mal mein Haus am See, was ich gekriegt habe, besuchen. Da war ich, seitdem ich es bekommen habe, auch noch nicht. Äh... Muss nur überlegen, wo das war. Das war auf jeden Fall irgendwo in diesem Bereich. Dann können wir nämlich in meinem Haus am See mal die ganzen Waffen bunkern, die wir nicht brauchen. Die wir aber einfach nicht verkaufen wollen, weil sie besonders sind. Warum wohne ich bloß in so einem Kaff? So, die beiden können wir verkaufen. Die Sachen will ich nicht verkaufen, die kommen dann auch dahin. Dulax Kelch will ich auch nicht verkaufen. Die will ich verkaufen. Langschwert, Verletzungs... Gongschlägel, den möchte ich eigentlich auch verkaufen. Oh ja, die H-Locky, die können wir verkaufen. Lindfunkköpfe... Kurzschwert, Stab der Blitze, mittlerer Schild... Den Schlag stecken, der kann weg. Die Abwehr kann auch weg. Die Gegengifte... So, mal gucken. Trank, Trank, Trank... Explosionstränke, die... Finde ich nicht so toll. Konzentrationstrank möchte ich behalten. Magieabwehrtrank und Magiewiderstandstränke, die werde ich nachher brauchen. Wendigkeitstrank... Kann eigentlich auch weg. Trank der Stärke kann weg. Trank der Schöpferkraft kann weg. Feuerschutz und Isolationstrank, Trank der Freiheit, die können eigentlich auch weg. Feuerodem kann weg. Hier waren nur Pfeile... Ach nee, die beiden... Ja, die... Pfeile plus eins können weg, habe ich gesagt. Beißende und Eis... Pfeile können auch weg. Wir haben so viele Kugeln plus zwei hier bei Nera... Die Einser können auch weg. Ach komm, der Stab der Verwandlung kann auch weg. Die ganzen Identifizieren rollen können weg. Schutz vor Blitzen... Nee, behalten wir mal. Äh... Feuerball rollen können... Nee, behalten wir auch erstmal. Schutz vor... Melfs, Säure, Feier... Eine kann weg. Ein Haufen Briefe. Die ganzen Hast rollen. Meisterstärke, Blindheit... Wobei die Hast rollen dann doch nicht. Böses entdecken... Beherrschung, verschwimmen... Schutz vor dem Bösen brauchen wir auch nicht. Fluch... Fluch brechen... Behalten wir mal. So... Gucken wir mal kurz... Absorbationstränke... Was machen die? Ach ja, Wuchtwaffen und Elektrizitätswiderstand... Dann kriegt Dorn den... Gegehn hätte hier noch zwei Stärketränke, die ich verkaufen könnte... Dafür gebe ich ihm dann vernünftige Stärketränke... Äh... Am besten die hier. So, die passen sogar auch noch da rein. Ja, hier haben wir wieder Platz. Ganz ehrlich, näherer können wir auch gleich... Bessere Kugeln geben. Die verkauften... Das Ding zu Dornen. Streitkolben zu Dornen. Kommt langsam Ordnung rein. So, die Sachen noch verkaufen. Zeug wegpacken und gucken, wo wir es verkaufen können. Den Schlüssel eigentlich ebenso. Worum geht es wie ihr wünscht? Also die Kugeln... Tränke... Noch mehr Kugeln... Können wir verkaufen. Du besitzt leider keine Kugeln plus zwei... Ist aber auch nicht schlimm. So... Ah ja... Und natürlich Behälter öffnen. So... Dann... Weilen... Vielen Dank.